Damit gute Ideen nicht nur Ideen bleiben und vielleicht ist es für Sie heute eine gute Idee, Sie selbstständig zu machen, Hand in Hand mit einem attraktiven und innovativen Partner, herzlich willkommen bei Crescom. Crescom, ein international agierendes Unternehmen im Bereich Business- und Management-Training, 30 Jahre Erfahrung mit dem Sitz in Denver im wunderschönen Bundesstaat Colorado. Wir sind mittlerweile in über 60 Ländern vertreten und Unterlagen und Konzepte wurden in über 25 Sprachen übersetzt. Hier in Deutschland wird die Crescom vertreten durch die Promotor, ebenfalls ein Trainings- und Beratungsunternehmen mit Fokus Automobilbranche und in dem Segment beschäftigt die Promotor über 60 Mitarbeiter und freiberufliche Trainer und Berater. 2008 hat die Promotor die Master-Lizenzrechte erworben für Deutschland, gefolgt 2016 mit den Lizenzrechten für Österreich, Schweiz und auch für Holland. Über 1500 mittelständische Unternehmen zählen mittlerweile zu unseren Kunden und Monat für Monat besuchen über 1500 Teilnehmer unsere Trainings und das an 43 Standorten. Jedes Unternehmen, ob Profitorientiert oder Non-Profit orientiert, vermarktet Produkte oder erbringt Dienstleistungen. Dazu braucht es effektive und effiziente Prozesse. Doch Produkte und Prozesse, beide werden getragen und entwickelt, gestaltet von den Menschen. Und darauf haben wir uns spezialisiert. Unser Credo, lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für dauerhaften Erfolg. Deshalb Herzstück unseres Produktportfolios ist ein lebenslanges Trainingskonzept, bei dem wir Vorgesetzte zu Führungskräfte entwickeln. Unser Crescom Business Leadership Trainingsprogramm und wir versprechen unseren Kunden echte Geschäftsergebnisse durch interaktives Training. Hier einige Themen aus unserem Programm. Die Messlatte im Kundenservice höher legen, die sechs Prinzipien für effektives Mentoring, der Bauplan für produktive Teams, ein Umfeld für Innovationen schaffen, wie wahre Führungskräfte denken, werteorientierte Mitarbeiterführung, wie sie strategisches Denken stimulieren, mehr Führungskraft durch emotionale Intelligenz, zehn Schlüsselfaktoren für ein mehr an Motivation, ein effektiver Problemlöser werden, ein Geist der Veränderung kultivieren, das Zeitbudget ergebnisorientiert nutzen oder leidenschaftlich und engagierte Teams formen, Techniken zur Konfliktlösung. Doch das alles hilft am Ende des Tages nichts, wenn sie nicht einen nachhaltigen und messbaren Mehrwert für unsere Teilnehmer und für unsere Kunden generieren. Und dazu bedarf es fünf Faktoren und die sind alle in unserem Konzept angelegt. Nummer eins, Lernen in kleinen Einheiten. Zweitens, wiederholen, aber intelligent wiederholen. Drittens, Arbeiten an realen Problemen. Viertens, Erlerntes weitergeben. Wir sagen, wer andere lehrt, Lernen. Zweimal. Fünftens, Umsetzen, Anwenden und Tun. Und weil wir so stark auf das Thema Anwendung und Umsetzung fokussieren, der Return on Invest pro Aktionsplan, den unsere Teilnehmer generieren, der beläuft sich auf 14.350 Euro. Das heißt, dieser Betrag, den spülen unsere Teilnehmer, ihrem Arbeitgeber, ihrem Unternehmen wieder in die Kassen. Nicht umsonst wurden mit unserem Konzept mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt 2017 als Top Leadership Partner mit dem Lead Award. Aber wir haben nicht nur Leadership Themen in unserem Portfolio, sondern auch ein hochspannendes und innovatives Sales Performance Plus Programm, bei dem wir die Vertriebsstärke von Vertriebsteams weiterentwickeln. Hier einige Erfolge unseres Teams. Nach Umsatz belegen Partner aus unserem Team in Europa die Plätze 1, 2 und 3. International belegt der erfolgreichste Partner aus unserem Team die Position Nummer 3. Und fünf Kollegen aus unserem Team belegen Plätze in den Top 10 international gesehen. Wenn Sie eine starke Führungspersönlichkeit sind, wenn Sie engagiert und motiviert arbeiten, wenn Sie diszipliniert und strukturiert sind und wenn Sie offen sind, den Erfolgsprinzipien eines bewährten Systems sich anzuvertrauen, dann haben Sie die allerbesten Voraussetzungen, um als Leiter einer Crescom-Führungsschule überdurchschnittlich erfolgreich zu sein. Bleiben Sie neugierig und offen. Gehen Sie den nächsten Schritt. 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 Vielen Dank.